Ja, hallo liebes Siegerland und Umland, ich bin Moritz Barco vom TUS Fernlauf. Ich bin Kreislauf von meinem TUS und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich nominiert worden für das Tor des Monats März von der DKB Handball Bundesliga. Und wenn man schon mal nominiert ist, möchte man natürlich auch gewinnen, das ist ja klar. Ihr könnt mir dabei helfen und zwar könnt ihr auf den Link klicken, den ihr unter dem Videobericht findet oder in dem Video. Der leitet euch zu meinem Video bei Facebook, zu meinem Tor, das ist Tor Nummer 6. Und dann könnt ihr für mich abstimmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt. Ich zähle auf euch.